Hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei mir reinschaut und ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinen Videos. Wie gesagt, mein Hauptthema ist der RC-Modellbau, speziell die Luftfliegerei und momentan ist bei mir hier ganz groß angesagt Drohnen, die ich für euch teste, günstige Drohnen. Ich selber habe ja den DJI Spark, mit dem ich auch Videos mache von Luftbildern, Luftfilmen und die ich dann mit online stelle. Dann habe ich auch MOC-Modelle wie 1 zu 10 von Tamiya und eine andere, die ich euch vorstelle, mit dem ich auch ein Gelände rumfahre und eben darüber Videos mache. Das ist jetzt die eine Geschichte. Die andere Geschichte, ich mache auch sehr viele kleine Reisen, fahre gerne Urlaub, schaue mir irgendwelche Städte an und darüber mache ich auch bei mir hier Filme. Das heißt, der letzte Film war jetzt in Holland, wo wir Urlaub gemacht haben, speziell Zeeland. Holland ist ja eigentlich auch ein Teil wie Zeeland in den Niederlanden. Da mache ich auch Filme, stelle das rein. Oder wenn wir irgendwelche Städte besuchen, nehme ich meine Kamera mit. So meine Damen und Herren, live aus Dresden hier. Heute machen wir seine Wanderung hier durch Dresden. Das ist jetzt der zweite Teil, der hier zu finden ist und der dritte Teil ist. Eigentlich mache ich auch Musik nebenbei so ein bisschen und stelle auch so paar Songs, die meistens selbst geschrieben sind, mit hier rein. Wie kriegst du Vergebung der Sünde? Wie kannst du die Freiheit gewinnen? Und habe speziell auch noch einen separaten Kanal, Tobi Lang Music heißt der, wo ich eigentlich nur die Musikvideos hochlade. Und dann ist mir auch wichtig, über meinen Glauben zu sprechen, nämlich an Jesus Christus. Ich werbe ja explizit nicht für irgendeine Religion, Gemeinschaft, wie auch immer halt, sondern es geht wirklich speziell um den persönlichen Glauben. Und ich denke, ich bin überzeugt, was in der Bibel steht, dass wir alle mit Gott uns versöhnen müssen, egal, was für einen Status wir haben, für einfache Leute sind oder Leute mit viel Geld. Wir müssen alle zu Gott kommen. Seid nur nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Der heutige Vers, ein Wort Jesu an seine Jünger. Es ist keine Ausbildung, was ich hier mit in meinem Kanal transportieren möchte. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Interesse. Schaut rein, abonniert mich, wenn ihr Lust habt. Und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich steuere jetzt auf die 10.000 Abonnenten zu. Und ja, es macht halt viel Arbeit, so ein Kanal. Videos müssen immer gemacht werden. Und ich bedanke mich jetzt im Vorausschauung für das Abo. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Meine Adresse ist bauschottknecht.gmx.de Auch konstruktive Kritiken, ganz wichtig. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.